Okay Servus Leute was geht. Willkommen zu einem neuen Schuh Video und heute gibt es auf euren Wunsch den Nike Phantom Venom jetzt im Test. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und let's go Oh, yeah Yo, let's do this Check in the repertoire. I got that repertoire But the rest who did it Let's get it how I'm living Shout out to the world that we don't think that I wanted a ransom Where the M's gold dog when I'm in the building And it kind of ironic who would have thought that I'd be the hottest Never came close to be in no room but you know still was a fucking product Tell me who want it Not what you want it's bound to be iconic, baby you got it Make it that love and that's a hundred Checking the proof on it Yes Ja Leute, Nike Phantom Venom ist ein Schuh speziell für Stürmer Und ich muss sagen diese Aufgabe erfüllt der Schuh wirklich sehr gut Vor allem beim Torabschluss gefällt der Schuh mir wirklich sehr gut Das Upper wird schön weich, hat aber genug Grip Wie gesagt vor allem für den Abschluss und auch schnellen Richtungswechsel bietet der Schuh genügend Lockdown Also perfekt für Stürmer die schnell sind, Richtungswechsel haben Und ansonsten macht der Schuh auch im Bereich Komfort eine gute Figur Ich hatte keinen Druck stellen, kann also nicht meckern und muss sagen Er hat mich der Schuh definitiv überzeugt Ja Leute, das soll's auch schon wieder zum Nike Phantom Venom gewesen sein Mich hat der Schuh überzeugt vor allem für Stürmer krankes Teil Wenn ihr Fragen zum Schuh habt, lasst einen Kommentar da auch eure Meinung zum Schuh alles in die Kommentare Das soll's dann auch schon wieder für's heutige Video gewesen sein Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja zeigt's mit einem Daumen nach oben Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, haut rein Bis zum nächsten Mal und ciao! 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 Bis zum nächsten Mal und ciao!